Tom Cruise riskiert für den neuen Mission Impossible Film mal wieder sein Leben. Und zwar hat er für eine Actionsequenz Speed Flying erlernt. Beim Speed Flying fliegt man mit einem Kleitschirm möglichst knapp über den Boden einen Berg runter. Und das mit so 60 bis 100 kmh Geschwindigkeit. Und ein Kameramann muss hinterher fliegen, um das Ganze auch noch zu filmen. Ziemlich krass und ziemlich gefährlich. Ich bin echt gespannt auf die Sequenz im Film. Folgt für mehr Filmfakten.